Setzt er sich damit in Bewegung, sind ihm alle Blicke sicher. Denn Thomas During trumpft auf mit einem Traktor samt selbstgebautem Wohnanhänger. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von ganzen 6 kmh soll es damit nun von München bis nach Faro in Portugal zu einem Motorradtreffen gehen. Einfach über zweieinhalbtausend Kilometer. In 60 Tagen will der 76-Jährige das geschafft haben. Das Ding fährt von alleine. Ich kann also rechts gucken, ich kann links gucken, in Ruhe mir alles angucken. Ich kann in jeden Stall reingucken, ob der Bauer sein Sach gut beinahmt hat. Weil so langsam fahre ich. Ich muss ja auf den Verkehr gar nicht achten. Der Rentner hat Erfahrung. Immerhin wird das nicht seine erste ungewöhnliche Reise mit diesem Gefährt. Extra den Traktorführerschein gemacht, ging es 2019 damit schon auf den Großglockner. Dann Richtung Ostsee und vergangenes Jahr an den Bodensee. Schließlich ist sein Vogelheisel, wie During sein Mobil nennt, ja mit allem an Komfort ausgestattet, den man so braucht. Ja, da haben wir also die Satellitenschüssel, in Anführungsstriche. Aber sie funktioniert, weil ich eine Antenne eingebaut habe für das Fernsehen. Man muss ja informiert sein unterwegs. Dann geht es weiter mit, wenn mich die Leute ärgern, habe ich eine große Tute. Dann habe ich eine Waschmaschine, eine Trockenmaschine für die kleine Wäsche. Hier nebenan habe ich meinen Waschraum mit allem Drum und Dran. Natürlich solarbetrieben. Man braucht Strom für die Pumpe, damit meine Dusche funktioniert, die ich dann hier habe. So einfach geht das alles. Dann sind natürlich diverse Klingeln da und speziell, dass die Kinder raufkommen. Dann hören die das Einhorn, können sie rufen, aber es ist nicht zu Hause. Da ist, wenn die Presse und das Fernsehen kommt, dass ich das auf jeden Fall höre. Und so bin ich zu erreichen. In der Nacht werden die Klingeln allerdings abgestellt, damit ich in Ruhe schlafen kann. So, und hier vorne habe ich meine Rückfahrkamera, ganz modern. Ich muss ja wissen, was hinten los ist. Hotels und auch Pensionen waren dem ehemaligen Bäcker zu teuer. So baute er sich seine eigene mobile Reiseunterkunft. Und sollte ein Verkehrsteilnehmer mal in Not sein, Thomas During gibt auch gerne Hilfestellung. Ich habe hier zum Beispiel Anlasserkabel habe ich dabei. Ich kann also Starthilfe geben, weil ich eine dicke Batterie auch hier drin habe. Angetrieben durch Solar. Ich kann auch abschleppen, meinetwegen. Und einmal habe ich ein Auto liegen gesehen, kein Benzin mehr. Habe ich gesagt, kein Problem, ich habe Benzin. Nein, ich brauche keinen Diesel, ich brauche Benzin. Ich sage, ja, ich habe doch fünf Liter Reserve dabei. Der ist vom Glauben abgefallen. Offiziell zugelassen will er mit dieser besonderen Motorkutsche nun die Landstraßen von Oberbayern bis an die Algarve unsicher machen. Aber bitte ohne große Steigungen oder gar Berge. Meine Zugmaschine, die wiegt nur 420 Kilo und den Hänger habe ich 600 Kilo. Da ist es dann, also muss ich aufpassen, dass mir die Räder nicht durchdrehen, wenn es eben zu steil rauf geht. Und so geht's bald auch schon los, nach Portugal, denn am 18. Juli will er in Faro sein. Doch für diese Landpartie muss er dann erstmal raus, aus dem Münchner Stadtverkehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017